Ho 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 Leute, was geht ab? Micros One hier zu Weihnachten. Ja, ich wünsche euch alle ein frohes Fest und ein paar wunderschöne Feiertage. Und ja, ich habe eine ganz kurze Ankündigung für euch am heutigen schönen Weihnachtstag, beziehungsweise Heiligabend. Weihnachten ist ja eigentlich erst morgen und übermorgen. Und ja, eine schlechte Nachricht vielleicht mal so vorneweg ist, werden heute, morgen und übermorgen keine Videos von mir kommen. Also über die Weihnachtstage kommen keine Videos auf meinem Kanal, wohl bemerkt. Denn ich habe Gastauftritte mal wieder bei EpicLP. Ja, der gute EpicLP, der Let's Playt auch mal wieder nach drei Monaten Pause. Und ich bin dabei bei seinen aktuellen Isaac Parts, die er hochlädt, ab 150. Ich glaube, es sind fünf Parts geworden oder sechs, keine Ahnung. Und ja, die Tage kommen bei ihm auf dem Kanal halt Isaac Parts mit mir als Gast. Und das ist doch, finde ich, ein guter Trost dafür, dass jetzt die drei Tage keine Videos auf meinem Kanal kommen. Den Link zu seinem Kanal ist in der Beschreibung. Checkt das ab, geht mal drauf und dann könnt ihr ein paar Parts von seinem Isaac Let's Play mit mir gemeinsam gucken. Ja, ansonsten wünsche ich euch, wie gesagt, frohe Weihnachtstage und wir hören und sehen uns dann danach wieder. Macht's gut, feiert schön und lasst euch reichlich beschenken. Ja, macht's gut, bis dahin und Peace!